Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Let's Play League of Legends, wir sind heute mit der Jinx drin, warum ich das aufnehme, ich mach gleich ein Supporter-Game aufnehmen, aber ich wollte vorher nochmal ein bisschen angriffslustig spielen und da hier gerade ein Jinx vs. Jinx ist, dachte ich mir, hey, nimm's da auf, mal gucken, wer die bessere Jinx ist. Einziges Problem, wir haben gerade ein Dennis-Supporter-Problem gehabt, ich habe ihr hier angeboten, Supporter zu spielen, aber es hat keiner eingewilligt, die wollten unbedingt alle auf die Top-Lane und deswegen habe ich jetzt den Jinx auf der Bot-Lane mit, ob das jetzt so gut ist, weiß ich persönlich ja nicht, aber ja, ne, so ist das halt, wir probieren es einfach aus und ich mach mir jetzt mal die Wasserflasche auf. Was der fuck, was ist denn das? Wint, man hört es. Ach, so, sehr schön. Das ist eine Wasserflasche mit Titanium-Verschluss, ey. So, dann gehen wir mal nach unten. Und skillen zuerst die Wehe. Zwei Dränge nehmen wir mit, wie halt immer, wenn wir Jinx spielen. Äh, zu den, ähm, zu den Nachstellenden der Let's Plays momentan, also, ich bin noch dran, also, das wird, das wird noch, auf jeden Fall noch dauern. Äh, ich überlege, ob ich vorher inzwischen rein irgendwas anderes packe an Let's Play und dann danach mit Assassin's Creed weitermache, äh, ist die Frage halt, bei Assassin's Creed, das wird ewig dauern. Also, ich hab tausendmal versucht, Savegames einzufügen, es hat nicht funktioniert. Aber nein, gut. Savegames einzufügen, also, ich hab die Savegames von einem Kumpel bekommen, von dem Ewig Fell, dankeschön nochmal, also, von einem Spielekumpel, im Spiel kennengenommen. Danke nochmal dafür, aber es hat nicht funktioniert. Wo war ich? Ah, Chaos anrichten. So. Ist der Ass rennt da rein und dann sagt er vorsichtig sein, ist schon klar. Ich werde hier rein snipen, also, mit dem, mit der AW und dann werde ich hier lang rennen. Noch besser, wenn der hier runterkommt. Dann habe ich das Problem nicht. Du wirst aber alleine mit ihm zurechtkommen. Warte, ich denke nach. Okay, ich bin fertig. Ich will mal wissen, was sie zuerst geskillt hat. Oh. Oh, auf dir. Wehe, okay. Oh, jetzt macht er nicht Farmstil, oder? Dann werde ich böse. Ich muss aufpassen, dass der keinen Farmstil macht bei mir. Ja, das wird, glaube ich, noch ein böses Ende nehmen, wenn der weiter Farmstil, weil dann wird es hier bald... Boah, keine Vorfälle in der Mitte. Das sind nur die besten Absichten. Vielleicht hört er jetzt ja drauf. Ganz schon muss man es so sagen. Der ist gut. Hihihihi. Nice. Ich habe jetzt schon echt, dass er springt da rein, aber den Kill hat er mir wenigstens gelassen. Ich habe nämlich vorher schon zusammengeschaut, dass er keinen Killstil beginnt, so. Okay, wenn er mir nichts lässt, dann sage ich mal nichts dazu. Ich kann da auch ganz gut lastigen, halbwegs. Übrigens, wenn man Jinx gegen Jinx spielt, sollte man davon ausgehen, dass der andere Jinx weiß, wie das jetzt ziehen wird. Und das Schöne ist, ich glaube nicht, dass diese Frau Jinxen die A-Taste kennt, deswegen werde ich leider mit spielen. Aber ich spiele gerade ziemlich mana-lastig. Okay, jetzt geht er weg. Ich brauche 60. Lass uns umballern. Ich bin doch nicht dran alsルäische rounden, wenn sie sich die denn schon verwirrt. Ja, traf ich. Nichts da. Nichts sein, nichts sein, nichts sein. Und... Und down. Down. Ne, jetzt wird er wieder zuschlagen. Kann er aber vergessen. Und da. Ja, kriegst du mich nicht bei so viel... Schade, schlackst du ja nicht rein. Aha. Nichts da, mein Freudei, nichts da. 25 habe ich, 13 brauche ich. Das ist echt nice momentan. Und lastig. Und lastig. Und ausgewichen. Und lastig. Und lastig. Und... Drauf. Und drauf. Und drauf. Ich habe noch einen Drang. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, GG. Sehr nice. Oh oh. So, jetzt gehe ich back. So, jetzt. Der Jax bleibt noch kurz, wie ich sehe. Dann kann ich nämlich ganz kurz mir das da holen. Und dann das da. Und dann Nicker-Schwund. Ich gehe erst auf das da, weil Gritscheiden am Anfang ist besser als Geschwindigkeit. Ah, der stirbt. Der Fall jetzt am Jax auch stirbt. Uh, ne, der könnte sich überleben. Uh, der überlebt. Der überlebt. Oh, back da, back da, back da. Nicht weg da, sondern back da. Oh, komm. Oh mein Gott, wenn ich den Farm kriege und dann die Ult reinhauere. Wunder. Attendion. Nein. Kann nicht sein. Ich wackele nicht lange, ich wackele a-dees ab. Schade, dass die Ulti nicht gesessen hat, das wäre so schön gewesen jetzt. Ich habe noch eine Flasche. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Los Killing, ja los! Jawoll, wir sind der nächste und stoppt auf, kommt der Kicker noch zu sein. Jawoll, ja nein, oh jetzt noch alle, oh, gut, das war's dann. Jetzt hole ich mir noch ganz kurz, hat mir gerade das Essen gebracht. Da hatte ich auf nämlich aber würde mir kein Essen gemacht, das ist äußerst nett. So. Äh, Wombo-Kombo. Wombo-Kombo? Wombo-Kombo? Yeay! Hashtag mit Wombo-Kombo unter tego Video. Warum auch immer Wombo-Kombo. Oh, ich sehe Farm, 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 Marm, Farm, Fam, Farm, Farm, Farm. Lalala ja, ich sehe Farm. Wer mag Farmen? Ich mag Farmen. Wer mag Fahnen? Mögt ihr Fahnen? Ich mag fahnen! Fahr, 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 fahr fahr, 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 fahr fahr, fahr, fahr fahr, fahr ë üzere 拔 stirb einmal gestorben das war ziemlich stumm von ihm jetzt mal ein wort da rein ok genau das habe ich gemeint da hat mich jemand ist es geschrieben da ist keine ok jinks mit mana ist nicht so gut gegen jinks ohne mana ja wohl genau das wollte ich eigentlich nicht aussteigt mir die ganze zeit der grob von leckeren selbstgemachten fand in den mund verbündeter wurde getötet dahinten da unten ist nichts besonderes hier ist nichts ich brauche gründe und von gründe meine waffe nur aufzuladen und so ich brauche gründe und von gründe meine waffe nur aufzuladen und so